ja es ist auch nicht viel schöner aber so hier hinten wollten wir noch unser mega bild aufhängen das ist es nicht aber was übrigens auch geht wir können die fackeln dran lassen das ist nämlich eine witzige geschichte glaube ich man kann nämlich wenn da fackeln dran sind da sie so dann kann man nämlich ein bild unter einer fackel machen dann sind die fackeln trotzdem da und es wird alles super beleuchtet und wir haben unser bild gibt es überhaupt ein bild in diesem format 4 zu 3 quasi nein 3 zu 4 wenn wir schon auf bildschirm abmessungen anspielen wollen dann auch richtig man nö 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 auch nicht auch nicht nein nada nope ach das darf doch nicht wahr sein wir können hier natürlich auch so eine bilder wand hin zaubern aber es gibt doch so große bilder oder nicht brauch mal eine sehr große wand ja mal 4 zu 4 gib mir doch das größte bild das du hast bist du irgend so ein donkey kong sein oder so nein 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 ach mensch ja mega spannend bestimmt ihr pisst euch bestimmt schon ins hemd so spannend ist das hier vor und zurück vor und zurück aha das ist es was ich wollte aber schade schade das ist zu groß aber es gibt noch so eins mit einem donkey kong es gibt noch eins das gibt es definitiv tja ich glaube das mache ich auf screen ganz im ernst ich meine wer will mir schon dabei zugucken wie ich ein bild aufhänge sowas kann man ruhig auf screen erledigen das mache ich auf screen ach ja hier kann ich ja ruhig mal eine kiste kraften so ist es nicht kein platz für eine kiste es darf doch nicht wahr sein so die kiste keine ahnung haben wir dahin so und da legen wir jetzt ein glas glas eimer crafting table nee das essen nicht aber den apfel das wieso haben wir vier gold im inventar das darf nicht wahr sein die können wir ruhig mal übereinander legen die wolle legen wir rein das bild legen wir rein dirt leitern was der heimwerker halt so braucht und ich brauche erstmal was zu fressen die sieht übrigens können da auch rein nimmt form an findet ihr nicht was ich jetzt aber mal mache nee 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 da so eins will ich haben ganz genau so eins ähm da fehlt noch ein glasblock das ist ja ungeheuerlich hoch nicht dass uns gleich einer hier rein spaziert dem wird sofort geholfen wunderbar ach ne wie geil ist das denn der kam echt in seinen wasseraufstieg in so in so in so in so in so wasser fahrstuhl hoch haha der ist echt den ganzen weg hier hoch geschwommen nicht schlecht ist bestimmt kampfschwimmer gewesen gut schauen wir doch mal auf die uhr schon wieder zehn minuten verlabert okay ich würde mir die ähm monsterfalle ja ganz gerne aufsparen für meine nächste woche muss ich auf die to do list schreiben dass der philip da nicht dran soll denn da würde ich gerne diese idee mit der piston umsetzen bevor der philip da wieder alles umhaut mag ich das lieber aber nächste woche in meiner nächsten woche die ja diesmal eine woche später ist ne wer dieses info video mitbekommen hat habt ihr das mitbekommen kam das schon keine ahnung kam am freitag ach wollen sie rein na dann komm mal her komm mal ich zeig dir mal den keller hier unten ist so der keller weiße hier lebe ich so an für sich weiße lass mich mal hier durch komm mal komm mal hier runter hier ist so ein toller zauberraum ne hier kannst ja ganz viele ja jetzt kommen sie mal ein bisschen schneller ja hier können sie ganz viele tränke braun hier habe ich auch was in der kiste hallo nicht gleich gewalttätig werden hier da kriegen sie mal direkt auf die schnauze da wollte ich ihnen noch mal einen zauberraum zeigen aber wenn sie das nicht wollen bitteschön unverschämt tür zu so wo war ich ach genau üblich so es geht schon wieder los der Monsterfalle. Gut. Keine Ahnung, ob Tony die Maschine mittlerweile immer noch so unbearbeitet haben lassen. Hä? Grammatik? Du bist gefragt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, guck mal, da kommt schon der nächste Gast. Oh, sie stehen in Flammen, mein Herr. Mein Herr, sie stehen in Flammen. Ich kann es förmlich riechen. Lass ihm mal helfen hier. Da ist ja noch eine. Na komm mal raus. Na komm, komm. Komm. Na komm. Hallo. Na komm. Mit der Schopfel auf den Kopf. Komm mal raus. Ja komm. Ja komm. Nicht so scheu. Komm hier raus. Komm schon. Ja komm, mein Süßer. Komm. Ja dann halt halt die Fresse. Mann ey. Schon wieder oblevieren. Könne ich nicht verantworten. Was ich hier alles nicht verantworten kann, ist auch super. So. Gehen wir wieder hoch. Was wir da noch zu tun haben, weiß ich nicht. Aber wir können ja ein bisschen unsere Arbeit bestaunen. äh, da. Hm, dieser Kronleuchter macht einiges kaputt, finde ich. Wenn wir den einfach mal wegreißen. Es ist erst mal ein bisschen dunkler. Das mag stimmen. Aber ich finde, so sieht es tatsächlich besser aus. Hier ist die Decke ja ein höher. An für sich könnten wir Ne, hier ist ja nicht ein höher. Denn wir sind hier auch ein höher. Na gut. Dann ist er halt nicht ein höher. Was wir hier mit anstellen, ist ja auch noch so eine Sache, ne? Hm. Lass mich mal überlegen. Ah, mir schwammt was. Wenn man, kann man, ah, Mist. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Funktioniert es trotzdem. Ich brauche noch einen Zaun. Mir schwebt da so eine Idee vor. Kann sein, dass es mega kacke wird, wie immer. Kann aber sein, dass es eine Ausnahme gibt und es gut wird. Das weiß man nie, also muss man jede Möglichkeit durchtesten. Irgendeine wird schon passen. So, gib mal her. Danke. Nämlich habe ich hier geplant Folgendes. Wenn sich das nicht verbinden würde, das wäre echt super. Kann man das? Warte, warte, warte. Ja, das sieht kacke aus. Ja, lass mich mal. Ärgerlich. Wenn man das weg macht, erkennt man es nicht, ne? Oh, scheiße. Ja, die sind verschollen. Da kannst du drauf pfeifen. Man könnte allerdings das Ganze sehr hoch bauen und dann... Ihr wisst ja noch gar nicht, was das werden soll. Könnte man jetzt nicht einfach einen abhauen? Ja, klar könnte man, aber dann passt der Zaun nicht mehr drauf, du doof. Oder wir machen das folgendermaßen. Dann verbindet sich da auch gar nichts. Machen das so. Und Wolle. Wolle, 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 Wolle. Wolle, Petri, du bist gefragt. Wolle, 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 Wolle. Hm, wenn man noch eine zweite Liege daneben baut, vielleicht. Und dann noch einen in diese Richtung. Und die weg. Verdammt. Kommt auch mit dem Shaders-Mod übrigens nicht schlecht. Dann ist er ja halt wirklich Schatten. Dann ist das nicht nur so Pseudo, weißt du? Vielleicht kann man hier noch irgendwas reinhauen. Ja, könnten wir wieder einen Tisch machen, aber so eine Jukebox wäre nicht schlecht, auch wenn wir dafür leider einen Diamanten hergeben müssen. Autsch, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Verdammt noch eins. Ach, Kacke. Ja, schon gut. Ich nehme wieder diesen Eingang. Was ich übrigens auch mal machen kann. Diese schäbige Erde da rausnehmen. Ähm, so. So. Auf die Uhr gucken. Ähm, 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 ähm. Ja, aber Zeit haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Das steht fest. Wie viel Zeit genau, weiß ich nicht. Zur Not mache ich noch eine extra Folge. Aber das finde ich an für sich schon gar nicht so schlecht. Dann müsste aber... Wir brauchen noch einen Zaun. Zaun, äh, da.